Willkommen zu einer weiteren Folge. So, wir können jetzt die nächste Aufgabe in Angriff nehmen. Willkommen zur zweiten Aufgabe. Den Champions wurde etwas, was ihnen sehr wichtig ist, letzte Nacht weggenommen. Dies befindet sich nun auf dem Grund des Schwarzen Sees. Ihre Aufgabe ist, es zurückzuholen. Champions, ihr könnt beginnen! Äh, wer hätte denn eine Freunde? Ich kann irgendwie nicht beschleunigen. Aber wo finde ich das Braut dahinten? Ich habe fast geahnt, dass das so eine ähnliche Aufgabe sein wird, wie beim Drachen. Komm. Wenn ich mal irgendwas drücken könnte, muss ich schneller wäre. Ja, wenigstens etwas. So kommt mir das vor, als wären wir zu langsam. Oder übersehe ich die ganze Zeit Kraut? Kann ja die Uni sein. Da ist wieder was. Die Schweine schießen auf mich. Ich habe das Kraut jetzt zerstört. Auf jeden Fall machen die beträchtlich Schaden. Aber ich kann die auch nicht ausweichen, die geschossen. Vielleicht ist sie viel. Ja, die sind gleich tot. Das war jetzt in der Dorf, ja. Das war jetzt in der Dorf. Das war jetzt in der Dorf. Äh, bitte was? Ich dachte, ich werde wenigstens wiederbelebt. Das ist ja mal ein Scherz. Klar, und die Zeit geht weiter. Was ist denn das? Ich muss von vorne anfangen. Schnell, auf jeden Fall bin ich auch schneller. Okay, ich habe das eben gemacht. Ich habe eine Geschwindigkeit, die Luftblase. Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, was? Eigentlich haben wir noch keinen Schaden genommen. Scheiße. Na, wo bleibt ihr? Ja. Na, wo bleibt ihr? Na, wo bleibt ihr? Ich hoffe, das ist ein Checkpoint. Hä? Ich weiß jetzt, wieso schwimmt der nur so? Komisch gerade. Scheiße. Oh, solche Einlagen sind immer so unnötig, finde ich. Ja. 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 40 punkte in die brunnen weg zum ein bisschen heilung bringen das ewig und ich wette die goldzeit ist dann bei drei minuten oder sowas und ich weiss einfach bloß nicht wie schnell sie schwimmen können 20 10 gute nacht w von vorne die weg sind wieder 100 die 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 It's over for don't stop! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich hasse Unterwasserlevel. Untertitelung. BR 2018 Siebenmal getrunken werden. Man sieht zwar schon da, ich glaube, das Ende ist im Horizont. Oh, scheiße. Hey, so viel geht mir wiederkommen. Das ist echt nicht mehr normal. Das ist doch toll. bezweifle ich mal falls das jetzt nicht klappen werde ich die auch noch mal beenden weil so was macht mir da momentan keinen spaß wieso habe ich geahnt dass es irgendwie so ein scheiß im kampf kommt das geht weiter ich krieg die krise oh man WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Ich muss doch bestimmt dort runter. Na toll, ist der Akku vielleicht leer? Was ist das? Ich frage mich, ob das irgendwelche Eier da stehen sollen. So Laichzeug. Wo muss doch jetzt mal das Ziel kommen, ey. Okay, ob das da ist. Okay. 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 Oh oh. Oh so. Oh cool, das geht noch mal weiter. Und nächste Runde. Oh. 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 Oh.